Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Dieser Weg macht doch keinen Sinn. Dieser Weg macht keinen Sinn, Mama. Wir sind auf Kurs. Wir sind auf Kurs. Ne, das würde keinen Sinn ergänzen. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ja, schon klar. Alter Schwede. Was für ein beschissener Weg. Dort könnte sich ein Mann verstecken. Über die Brücke? Ja, okay, über die Brücke. Wahrscheinlich ist es dann dort drüben irgendwo. Bald sind wir hier fertig. Alter, wie sich gerade die Farbe verändert hat. Oh, Wolken. Wolkenschatten. Es zieht sich etwas zu. Yes! Geht mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein. Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca putana. Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Die Brücke ging gerade rein. Haha! Tja, verkackt Mädels, was? Dem Geld zum Bankier folgen. Den Bankier eliminieren und dann fliehen. Von einer Bank aus. Okay. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. Ja, sag das ihm. Hopp, hopp, hopp. Ich versuch's über die Dächer. Wieder mal. Der leuchtet goldener. Gut. Nee, ganz unauffällig bin ich hier. Zack. Meins. Da hinten gibt's Kortisoren. Die werden doch glatt mal angeheuert. So. Ach, was für eine Scheine haben wir hier. Was geht ab? Okay. Interessant. Und irgendwie ein bisschen ekelhaft. Aber... Für den Bankier. Sehr ekelhaft. Hallöchen. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja. Ich meine, nein, hab ich nicht. Ich war noch nie im Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Aha. Ich beschütze euch. Na klar. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Aha. Wollt ihr mal anfassen? Wollt ihr mal anfassen? Aha. Ihr da. Halt. Ich kenne diesen Mann. Alter, ich muss ja sagen, ich finde das ein klein wenig ekelhaft hier mitunter, aber gut. War wohl doch nicht. Hm. Genau. Wartet einen Moment. Und schon bin ich wieder weg. Halt. Auf ein Wort. Auf ein Wort. Äh. Doch nicht. Okay. Mal schauen. Kann ich hier irgendwie über die Dächer? Da kann ich hoch. Oh, und da gibt's Kortisanen. Das ist doch sehr schön. Meine. Jawoll. Äh. Alter, ich will kotzen. Geld für euch, Banki. Ich nehme. Ein Schweizer. Und? Weggetrieben. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Ha. Goldbeutel schon geklaut. Cezere spricht gleich im großen Saal. Ich schillen, Sir. Komm. Easy. Ich hoffe, du genießt die Nacht. Ja, erzähl ein Saft ruhig. Es gibt hier so viel zu sehr. Ja, das ist so. Ich schalte keine Dachs. Das Ziel ist in Bewegung. Die feine Arbeit in dem Leben hat ich nur mein, so junger. Wenn ich ein Apfel sehe, füge ich den Apfel. So. Hält mich auf. Nun, kommt darauf an, wessen bei mir sitzt. Das verstehst du nicht, mein Kind. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Oh, hat er sich nach vorne teleportiert, ein Stück? Diese Muskeln. Danke, dass ihr gekommen seid. Es heißt, die Händler von Ponte haben die besten Seiden unserer Tostolle und die geschicktesten Brokatweber. Hm? Was macht er denn da? Woher kenne ich den Kerl? Zack, den hätte ich. Wo ist denn hier eine Bank? Oh, was war das? Achso, okay, cool. Wann werde ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt. Doch ich führe das her, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Okay. Soviel dazu und wir müssen immer noch die Speckfalte eliminieren. Okay. Oh. Verdammt. Das war dumm. Das war dumm. Ich wollte eigentlich den einen... ...die eine Wache mit so einem Giftfeil erwischen, dass er dann... ...und alle ablenkt und ich in aller Ruhe zack, zack, zack machen kann. Das klang ein bisschen pervers. Ja, ich will da durch. ...mitten aus der Menge abgefeuert. Oh, kann ich hier nicht untertauchen? Scheiße. Oh. Da habe ich noch eine Frau umgebracht. Oh, oh. Und der Fettsack steht da immer noch. Alles klar. Jetzt weiß ich wenigstens, wo er langläuft. Oder langlaufen sollte. Aber sind eh die einzigen Bänke hier, also... Geht so, ne? So, so, so. Tja, ja. Oh, genau. Ich mach's mit der Giftklinge. Ich muss mit euch reden. Hier da. Halt. Kontrolle. So. Jetzt gilt's. Zack, vergiftet. Nice. Haben wir ihn erwischt. Was ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da se. Requiescat in pace. Okay, was auch immer er vor Requiescat in pace gesagt hat. Es klang ziemlich tief. Ja, ich bin unten. Hehehe. Voll verkackt, Mädels. So, fertig. Eigentlich wollte ich da reinspringen. Aber, naja. So geht's letztendlich auch. So, da kommt gleich wieder ein Hilfssheriff wahrscheinlich vorbei. Den schnapp ich mir dann gleich mal. Oder auch nicht. Cool. Was für ein Schwach. Der Große da. Wow. Er hat eigentlich... Juhu. Hehehe. Porträt von Juan Borja erhalten. Bam. Kriegt er da erstmal. Kugeln ab. Oh. Juhu. Meins. Meins. Oh. Oder so. Hey, ich liebe meine Assassinen hier, du. Ach, ist das schön. Ist das schön. Ist das schön. Ah, klasse. So, es gibt hier noch ohne Ende Mission. Zu erledigen. Dann wollen wir mal sehen. Kurz F3. Für den Borja-Einfluss. Eliminiert. Ja. Okay. Gut. Ja. Das kenne ich bereits. Ja. Und mach ein weiteres. Yay. Nein, noch zwei sogar. Goal. Drei Borja-Türme sind noch übrig. Okay. Gut. Ich wollte aber mir ein Ziel markieren, eigentlich. So. Was liegt denn an? Neue Hauptquest gibt es wieder. Aber ich will vorher nochmal so ein paar Schmiede und, äh, Nehainis da mir kaufen. Und ich möchte meine Assassinen. Äh. So. Und was ist das? Achso. Ja, okay. Meiner. Ne. Du stirbst. Ja, ich hatte eben einen kompletten PC-Absturz. Sowas hatte ich bisher noch nie. Dass da wirklich sich gar nichts mehr gerübt oder gerührt hat. Deswegen musste ich den PC mit dem Powerknopf ausschalten, brutalerweise. Und dann wieder anwachen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was alles gespeichert wurde und was nicht. Alles klar. Jetzt schon. Ich muss nochmal neu hier aufrüsten. Zack. Neue Waffe für dich. Neue Rüstung. Neue Rüstung. Und Rüstung. So, und Aufträge. Da wollte ich gerade, weiß ich nicht mehr was machen. Mal schauen. 75% kriegen aber auch 506 dazu. Das ist natürlich nicht gerade zu verachten. Also bitte. ineue Rüstung.